Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf ls22tutorials.de. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Thema Bienen. Wofür sind Bienen da? Warum setzt man Bienen? Wie setze ich Bienen? Was muss ich beachten? Trage ich die richtige Kleidung dafür? Das sind wichtige Themen. Was kommt bei den Bienen raus? Das werden wir in diesem Tutorial beantworten. Und mit wir meine ich den lieben Imker Tom und mich. Hallo Tom. Hallo. Also, wir stehen hier schon an einem Bienenstock und Tom hat sich schon entsprechend gekleidet. Für die, die es nicht wissen, kleiner Tipp, ihr habt ja mittlerweile einen Kleiderschrank über den Shop. Wenn ihr auf P drückt, gibt es ja nicht nur das Baumenü, sondern auch den Kleiderschrank. Und da könnt ihr tatsächlich nochmal euer Outfit wählen. Jetzt gucken wir mal, das ist der Komplettoutfit. Dann wähle ich doch auch mal den Imker und dann sage ich mal Farbe wählen. Natürlich muss ich in Orange daherkommen, das hilft ja nichts. So. Jetzt sind wir beide fertige Imker und können hier entsprechend die Bienen betreuen. Ja, was gibt es da zu beachten? Also, Bienen haben tatsächlich einen Mehrwert. Einen Mehrwert für eure Felder. Da kommen wir aber gleich zu. Als erstes mal ist zu erklären, wie kriege ich so einen Bienenstock daher. Das ist relativ simpel. Dann geht ihr in das Baumenü. Da findet ihr unter Tiere, Bienen, entsprechende Bienenstöcke. Und ich würde sagen, Tom, ich setze auch nochmal einen dahin. Ja, mach doch. Da sieht man übrigens auch den Orangen. Ich bin nicht so weg. Ich stelle den einfach hier nochmal daneben. Ist ja auch nicht selten, dass so Imker in der Regel das machen. Also ihr seht, mehr war das schon eigentlich nicht. Dann gibt es noch zusätzlich diese Plattform hier, Bienenstock-Palettenstation. Ich könnte jetzt hier sagen, ich stelle die hier hin. Aber hier seht ihr schon, da ist nur ein Gegenstand pro Hof erlaubt. Das heißt also, eure Bienenstöcke sammeln alle auf dieser Palettenstation. Da könnt ihr also jetzt nicht irgendwie ein Riesen-Imperium von aufmachen. Sondern es geht schon auch darum, die moderat zu verwenden. Und moderat eben eure Felder damit zu versorgen. Und wenn ich sage Felder versorgen, dann ist genau das eben der Fall. Ihr seht hier, es gibt hier einen Bereich von 100 Metern. Da steht, ach nee, Moment, seht ihr jetzt unten rechts in der Ecke. Da gibt es zum einen, der zeigt Bienenstock, 10 Zagen. Erhalte Honig an der Palettenstation, die ist da hinten. Und 100 Meter. Dann haben wir hier einen Bereich von 25 Meter. Und hier haben wir einen Bereich von 75 Metern. Das bedeutet, dass in diesem Umkreis der Ertrag von Feldern erhöht wird. Und das finde ich schon eine ganz tolle Geschichte für diesen, ja, eben für diese Bienen. Ja, dass die einfach noch was dazu bringen. Das lohnt sich also wirklich, da was zu machen. Ja, und was erhöhen die? Welche Felder erhöhen die? Nicht für alle Felder. Also Ertrag wird erhöht für Kartoffeln, für Raps und für Sonnenblumen. Das heißt, diese Felder solltet ihr clever irgendwie anordnen, dass ihr da entsprechend dafür sorgt, dass der Bienenstock irgendwie oder Bienenstöcke, je nachdem, was ihr da machen möchtet, in der Nähe von diesen Feldern aufgebaut wird. Und ihr da im Wechsel eben häufig diese Frucht anbaut. Die muss ja nicht immer angebaut werden, aber häufig eben die Frucht anbaut, sodass ihr da weiterkommt. Ja, und dann habt ihr natürlich bei Bienen, da kommt nach und nach Honig raus. Es gibt, glaube ich, auch dann wirklich nur diese eine Palette, die da hingestellt wird. Eine zweite wird wahrscheinlich da nicht gespawnt, da ist der Platz zu klein für. Ich denke auch, ja. Vielleicht hier noch. Möglich. Weiß man, ihr müsst da gucken. Den Honig könnt ihr natürlich sofort verkaufen oder in Produktion bringen und weiterverarbeiten. Auch das sind übliche Paletten, Gabelstapler, Frontlader mit Palettengabel oder, oder, oder. Schaut dazu einfach unsere Videos zum Thema Produktion. Ich glaube, wir haben das Wichtigste zu den Bienen gesagt. Ich glaube schon, ja. Bitten müssen wir sie ja nicht, das machen sie sich ja selber. Genau so ist es. Das war mal wirklich ein kurz und knappes Tutorial zum Thema Bienen. Mehr gibt es nicht zu sagen. Sorgt dafür, dass es in der Nähe eurer Felder steht. Und dann könnt ihr nicht nur von dem Honig profitieren, sondern auch von einem reichen Erntetrag auf euren Feldern. Dann sagen wir noch Tschüss. Tschüss. Viel Spaß mit den Bienen. Genau. Viel Spaß mit den Bienen und lasst euch den Honig schmecken. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye, bye und ade. Bis zum nächsten Mal.